Okay. Wenn es nur eine Monsterhülle ist. Die haben ja keine neuen Aufträge für uns. Nee. Oh, hi. Meine Truppen sind unter Attacken. Noch mehr Stein. Ich. Ich glaube nicht. Ich gehe. I'll do it! I don't agree! I'm going! Me! I'm going! I'll do it! I'm going! You think that's bad? What are we going to do? Are we going to raid this village? What? 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 I don't know if I'm just curious or curious or curious, but the skeletons can't reach us. What? 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 Militärschaden von so einem Pesthoch ist schon ziemlich böse, aber das war's ansonsten. Äh, und ja, ich sollte noch Punkte vergeben hier. Vor allem, dass Zauber mehr Schaden anrichten, das würde dann dem Zauber auch helfen. So, dann geben wir mal noch die Sachen ab, die wir jetzt hier für die Aufträge haben. So, das waren Stiefel. Und jetzt gehen wir mal. Die Stadt zerstören. Manchmal laufen sie noch mal, manchmal nicht. Yes? Also ja, ich sag das heute mal da oben auch ein. Die ganzen Steinvorräte und so, das können wir auch alles in der nächsten Mission dann verkaufen. Fall in. It's important not to make a sound. Uh-huh. Yes? Yes! I'm trembling. Uh-huh. So, jetzt müssen wir noch da drin. Ein bisschen sauber machen. Gut. The Sages are summoning us. We'll have to leave your army and return to our camp. The great battle is yet to be won. It's not the time to break our alliance against the Empire. I'm only carrying out the Sages order. They must have had a change of plans. I hope we won't have to fight against each other. Imperial Guards again. Okay, da haben wir uns jetzt die Elfen verlassen. Oh, das ist's die Elfen regnet. Untertitelung des ZDF, 2020 So, was jetzt? Wir haben aufgehoben, was ging? Die Elfenlager ist jetzt befeindet. Wer hat die Dämonen eingeladen? Die Dämonen eingeladen. Rocklager. Ja, den Dorffriedhof komme ich aber nicht ran. Chaos-Dämonen haben die Barriere bebrochen. Die Dämonen haben die Barriere bebrochen, sie sind über. Vielleicht wussten die Elfen das und haben uns nicht gewarnt, wie können wir ihnen noch trauen? Ich kann die Verluste gar nicht mehr erzählen, werden unsere Brüder gerecht werden? Lass uns die Chaos-Dämonen vernichten, die unseren Lager niedergebrannt haben. Oh. Ja, hier oben ist alles im Eimer. Ach du meine Güte. Ja, hier oben ist alles im Eimer. 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 Wir haben die meisten Dämonen getötet, aber es sind immer noch einige übrig. Ein paar Dämonen können uns nicht schaden, aber ich spüre ihre Anwesen. Wir haben einen der Elfenverräter gefunden. Sollen wir ihn auf den Opfer steigen? Lass ihn heimgeben, dies ist nicht sein Krieg. Nein, meine Brüder sind gestorben, ich habe keinen Grund mehr zu kämpfen. Ich bin gegen diesen blutigen Krieg. Zerstört den Gildenturm im Süden, damit die Imperialen ihren Wachen nicht mehr teleportieren können. Mhm. Mann, was jetzt hier Ressourcen rumliegen, die ich nicht verkaufen kann. Hm. Aber die Azurklinge hätte ich gern doch noch irgendwie. Wieder in irgendeinem Inventar. So. Ja, jetzt habe ich meinen Ogre verloren. Habe meine Elfen verloren. Jetzt muss ich noch den Turm hier oben zerstören. Gut, Geld ist nicht so das Problem. Okay. 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 Was. Okay. Okay.